hallo ihr lieben ja heute mal ein ganz kurzes statement ich komme gerade vom einkaufen deswegen laufe ich hier durch diesen park zurück ja ist der rucksack kurzer dank an diese wirklich wundervollste wahrnehmung einer zuschauerin besten dank dafür dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat dass die kontonummer die ich im letzten video angegeben habe und die unter dem video stand nicht die gleiche war die ich in einen kommentar geschrieben habe das war richtig ich weiß nicht wie ich auf die anfangs ziffer de 78 kam von der e-bahn aber die ist verkehrt ich habe sie aus der infobox geändert und im video ich lasse das video jetzt drin habe es nur unten drunter geschrieben dass die eingeblendete halt die falsche ist da muss de 93 stehen wie es dazu kam es sind zahlen habe ich nicht so den bezug zu kann mit worten wunderbar umgehen kann sie sprechen kann sie schreiben aber zahlen ist so macht nichts ist passiert ich hoffe es ist nichts passiert nein ich hoffe nicht ich vertraue darauf dass nichts passiert ist ja und das wollte ich euch einfach nur kurz weitergeben und heute abend gibt es wieder ein video gestern gab es keins weil ich an einem anderen projekt parallel noch gearbeitet habe dann wünsche ich euch einen wunderschönen tag und bis später tschüss danke hallo ihr lieben zu einem neuen selbst gespräch mit mir hier auf der bank bei aller feinstem wetter und ja hey es ist die bank ich hatte ein tuch dabei jetzt ist sie sauber und trocken ja heute kam der impuls wir müssen ein heißes thema anfassen also für mich ist nicht heiß aber für viele von euch religion kirche in dieser zeit des wandels stellen viele viele fragen stellen vieles viele vieles in frage und dazu darf man auch die religion in frage stellen nicht die lehren die sie weiterreichen denn in vielen religionen wird das gleiche ausgesprochen es geht um glauben und vertrauen doch was viele religionen daraus gemacht haben auch die kirche ich bin ein zutiefst gläubiger mensch doch ich glaube nicht an einen externen gott wenn ich nur lang genug zu ihm bete werden mir meine sünden vergeben und ich bin der gott genau wie du ein gott oder eine göttin bist jeder von uns wir alle sind ein ungetrennter teil des einen ganzen des einen bewusstseins des einen seins und wie ich gestern glaube ich schon sagte gott erschuf nicht die welt gott wurde die welt und vieles was jesus gesagt hat ist heute immer noch gültig und es war nicht nur jesus sondern zig zig andere wenn wir jemand anderen beschuldigen verurteilen bewerten vergleichen tun wir das im grunde mit uns selbst der ausspruch vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun das ist das worum es geht im verstand glauben wir ja wir handeln richtig aber wir handeln aus dem verstand und das ist der schlaf das ist die fehlende liebe kommst du ins gefühl ins fühlen ins sein hörst auf dein herz was für dich stimmt oder nicht denn dein herz sagte das in windeseile in echtzeit in punktzeit in dann bist du in der liebe zu dir und wenn du stimmst stimmt alles andere die kirche sagt extern nichts extern nichts extern alles ist in dir jeder von uns ist alles denn es gibt nur das eine das ich in Millionen erfahren möchte ja die kirche die kirche hat sich wunderbare gebäude gebaut also ich brauche jetzt also einen anderen eine andere räumlichkeit um dort drin an einen externen gott zu beten brauche ich nicht also ich brauche es nicht braucht niemand denn wie gesagt alles ist in dir und ich will wieder niemanden verurteilen denn das ist die gehört zur alten welt zu dem alten denken und da haben wir schon den salat es ist wieder mal das denken das denken entspringt dem verstand und der verstand führt uns über kurz oder lang immer in eine sackgasse also die kirche darf sein alle religionen dürfen sein aber nicht mehr für mich punkt ich glaube an meine schöpferkraft denn ohne diesen glauben an mich würde ich diese videos nicht drehen erinnert euch an das erste video vom 2. august gerade glaube ich wo mein verstand vorher gesagt hat nein 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 das geht nicht das kannst du nicht machen und das bringt nichts und das will niemand hören und ich will niemand sehen und tralalalalala ja hätte ich auf ihn gehört würde ich jetzt keine ahnung was tun aber ich würde nicht mit euch hier reden ihr würdet es nicht annehmen so wie ihr es tut sehe ich ja durch eure wertschätzenden abos durch eure wertschätzenden kommentare und sogar durch eure wertschätzenden spenden und das ist schöpferkraft das ist glauben an das was ich fühle ich habe gefühlt dass es das ist was jetzt für mich stimmt und deswegen tue ich das jetzt und wenn jeder nur noch das tut was für ihn stimmt aus tiefstem herzen stimmt plötzlich alles und das ist der wandel erst wird alles in frage gestellt im verstand weil es ploppt ja jetzt alles hoch es gelangt sogar mittlerweile bis in die mainstream medien dass sogar dort dinge heute angesprochen werden die man auch schon vor einem jahr oder noch längerer zeit wusste ich sage jetzt nur mal masken als beispiel dass ffp2 masken nicht so lange getragen werden sollen empfehlung des rkis ja das wusste ich auch schon vor einem jahr oder noch länger arbeitsschutzgesetz da steht genau wie lange so eine maske zu tragen ist und wie lange nicht aber der verstand der erzählt natürlich nein wir brauchen mehr schutz und deswegen diese ffp2 maske und dann lasse sie doch tragen so lange wie sie wollen und daran sieht man ganz schön wie verstand tickt er sieht immer nur das kleine und nie das große ganze ins fühlen kommen ist das was zählt ja okay erst in frage stellen und dann merkst du irgendwas stimmt nicht es stimmt nicht so was stimmt nicht und wenn du erfährst was nicht stimmt dann frag dich was stimmt für dich nicht was stimmt für alle anderen es spielt gar keine rolle was die anderen machen es spielt nie eine rolle was irgendjemand anders macht wichtig bist du immer nur du unabhängig davon was ein anderer sagt ausspricht denken sowieso weil du weißt nie was der andere denkt wir glauben immer zu wissen was der andere denkt und handeln dann nach dem was wir glauben dass der andere denkt hallo hallo leute überlegt mal wie illusorisch es geschieht euch nach eurem glauben auch ein satz aus der bibel glaube glaube an das was du fühlst glaube daran dass dich das leben führt aber dazu darfst du in die stille gehen und rein spüren was sie dir sagt bittet um was ihr wollt und es wird euch gegeben und dann gibt es noch ein passus dazu aber glaubt dass ihr erhalten habt du musst es dir selber glauben können dann wird es sich im außen zeigen nicht ständig um irgendetwas bitten weil dann passiert nichts da kannst du bitten 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 und beten ändert sich nichts weil das universum wartet auf deine anweisung und die anweisung ist ja bitte mach das ich tralala ja aber wie soll das gehen glaube dass du erhalten hast versetze dich energetisch in die schwingung dann bleibt dem leben nichts anderes übrig als es dir zu spiegeln das leben geschieht immer von innen nach außen immer niemals andersrum du setzt immer eine ursache für die wirkung die du erfährst immer immer von morgens bis abends ballerst du ursachen raus und dann stehst du manchmal vor einem Scherbenhaufen und denkst dir ey macht nicht leben da mit mir gar nichts macht das mit dir das hast du selbst verursacht ouch ich weiß tut weh ist aber nur für den verstand schmerzhaft und das wirklich in der tiefe zu verstehen das ist der weg zurück zu dir zu dem was du wirklich bist du bist ein liebender du bist schon längst ein liebender wir alle nur der verstand erzählt dir was anderes und noch mal Kirche die Kirche spricht von Sünden und man muss Buße tun und man muss ja weiß ich nicht so und so viel Vaterunser beten bei so und so einer Sünde und so Sachen alte Welt nein es gibt nur eine einzige Sünde wenn wir überhaupt von Sünde sprechen jetzt seid ihr gespannt eine eine einzige und dies ist die Sünde der Trennung der Trennung durch den Verstand von uns selbst nur das ist eine Sünde wenn überhaupt wir von Sünde jetzt sprechen wollen es ist schon wieder spooky ne warum geschieht denn das alles was geschieht das geschieht ja alles aus dem Verstand heraus Morde Vergewaltigung ne all das geschieht weil derjenige da oben drin ist denn wenn du schon der Liebende wärst der jeder von uns ist es nur vergessen hat durch ihn da oben würdest du niemandem Leid zufügen wollen geht gar nicht geht nicht weil Leben will leben Leben liebt Leben Leben ist Frieden Leben ist leicht Leben ist Liebe und dann kannst du gar nicht irgendjemandem ein Leid zufügen weil du dir ja selbst noch nichtmals Leid zufügen wollen würdest der Verstand schon der sagt dir knallhart der sagt dir knallhart dein Leben hat keinen Wert mehr bring dich um oder also bei mir war es so nicht nur einmal die eine Geschichte habe ich euch ja schon erzählt ne Silvestermorgen wo er mir sagt ja komm nimm dir einen Strick Familie verlassen Kind verlassen Frau verlassen hat alles keinen Wert häng dich auf so das eine Sein das wir alle sind sagt sowas nicht kann es gar nicht denn es ist immer für dich nur der Verstand der ist gegen dich weil er auf deinem Thron sitzt und dein Leben führt und wie wir so schön wissen hat das nix an der Haken schmeiß ihn runter trau dich trau dich hab den Mut da ist sie wieder die Wespe ja werde das oder werde zu dem wie auch immer was du schon immer warst erinnere dich wer du wirklich bist ein Liebender so ich sehe gerade 18 Minuten also muss ich mal eben hier wieder Schleichwerbung für einen machen der mit dem den Namen Peter trägt ich glaube das bin ich also ihr wollt Begleitung auf eurem Weg oder ein Stück Begleitung auf eurem Weg zurück zu euch selbst ein bisschen Erinnerung die ich auch euch aus euch herauskitzle mein Gott vielleicht steht die E-Mail da vielleicht steht sie aber auch da oder da oder da sie wird auf jeden Fall hier auftauchen wie von Zauberhand schreibt mich an wir machen einen Termin aus für ein Telefonat und dann schauen wir weiter ganz einfach danke für deinen Mut danke fürs Zusehen danke fürs Lauschen bis später tschüss mit dritte nos